Meinst du, die vier haben in Venedig so schönes Wetter wie wir hier? Oh, das hoffe ich. Also ich war ja vor zwei Jahren da, da war es in etwa auch um die Zeit, da war es super. Da waren so viele Gondeln unterwegs, da hat eigentlich nur jeder zweite Gondeliere gesungen, sonst hätte es einen Kanon gegeben. Weißt du, was mir eingefallen ist? Dieses total tolle Buch Liebhaber ohne festen Wohnsitz, das spielt doch in Venedig. Stimmt, das könnten wir mal wieder bestellen. Ja, weißt du, nur weil ein Buch ganz neu ist, ist es ja nicht besser als eins, was richtig toll ist, was alt ist, oder? Ne.